Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. Hallo Leute, willkommen bei Car Race. Mein Name ist Kamal Afse. Und ich bin heute wieder in einem TT RS gegen meinen lieben und wundervollen Sponsor Akram Hassan. Und ja, ich würde sagen, nicht so viel quatschen. Wir fangen mal an. If you're really out there, it's really you. Then what's the road that leads me to? If you're really out there, it's really you. Show me the road that leads me to all of your love. Ich bin bereit. Boah, was für ein Start, Alter. Aber man merkt, dass er kommt, trotz brutaler Start, ey. Ich bin bereit. Den ärgere ich jetzt erst mal. Den ärgere ich jetzt erst mal. Ich glaube, das Gleiche machen wir noch mal. Boah, kann doch nicht sein, oder? So, ich fahre ein zweites Mal gegen Akram. Der Kollege kann das nicht einsehen. TTS, boah, hält echt gut mit, ey. Ich habe gerade nochmal geguckt, 3,51, 0,100, das ist schon sehr, sehr sportlich, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich bin bereit. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Das gibt es doch nicht. Jetzt gehen wir mal zu Rowley 50. So, wir gehen rüber zum Rowley 50. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich hoffe, dass er sich verschaltet oder irgendwie anderweitig missbaut. Sonst sehe ich, da wird das sehr, sehr schwierig für mich. Na ja. So und los geht's. Komm, 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 komm. Komm, das wird knapp, das wird knapp. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Keine Chance. Gut mitgehalten, auch passend gestartet, aber absolut keine Chance. So Leute, TTS gegen Porsche Cayera GTS. Wir haben so 80 PS dazwischen. Wobei, ich muss auch sagen, ich kann mal hier meine GPS mal schauen. Also. 0100 3,51 ist schon sehr, sehr gut, ey. Ja, der Porsche, den haben wir auch vorhin gemessen, da lagen wir so bei 3,3. Das ist natürlich im Motorsport gar nicht so schlecht oder schon viel. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ihr. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Ich freue mich. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Kama Lafse und bis bald. diese Missouri mitleisen wird nur angreise. Das ist das Export-Daarbe. Auf geht's Mitarbeiter. Biss Birth. Biss HEidy! Alle Cultangan zu sehen,